Hallo miteinander, ich melde mich wieder mal. Ich bin jetzt zum zweiten mal an einem Strandcamping. Heute bin ich nicht ins Wasser, weil scheint zwar die Sonne, aber es geht ein sehr kalter Wind. Jetzt bin ich aber trotzdem mal zum Strand gelaufen. Ein paar schöne Fotos gemacht. Super feiner Sand. Riesenstrand. Ein paar Bunker liegen im Sand. Also herrliche Urlaubsregion und Hütten stehen da in den Dünen. Das ist ein Wahnsinn. So schaut das aus. Also brutal. Da sind wir jetzt nur ein paar, aber da stehen Hütten. Das ist ein Wahnsinn.